Musik Wusstest du schon? Im späten Mittelalter, um 1500, hatte die katholische Kirche in Europa einen sehr großen Einfluss auf das Leben der Menschen. Der Glaube an Gott spielte eine zentrale Rolle. Die Kirche beeinflusste sehr viele Lebensbereiche der Menschen. Die Kirche war damals neben dem Adel die zweitgrößte Macht und verfügte über einen enormen Reichtum. Sehr viel Geld wurde von der katholischen Kirche für neue Kirchen und große Prachtbauten ausgegeben, die den Reichtum und die Macht der Kirche für alle Menschen sichtbar machen sollte. Der Reichtum kam nicht zuletzt daher, dass die Menschen Geld an die Kirche zahlten, um von ihren Sünden freigesprochen zu werden. Man nennt das Ablasshandel. Die Gläubigen wollten sich so die Höllenstrafen im Jenseits verkürzen oder ersparen. Es war ein übles Geschäft mit der Angst der Menschen, denn die Menschen waren sehr religiös. Doch es sollte bald zu großen Veränderungen kommen, denn die Kritik an der katholischen Kirche wurde immer größer. Am 31. Oktober 1517 geschah etwas, was einen der größten Umbrüche in Europa mit sich brachte. Es war Martin Luther, der das auslöste. Er war ein Mönch, der zudem als Professor Theologie, also die Lehre von Gott und Glauben, an der Universität in Wittenberg in Deutschland unterrichtete. Luther war sehr unzufrieden mit den Zuständen in der Kirche, weil diese sich immer weniger für die Menschen zu interessieren schien. Er schrieb 95 Thesen auf und diese Thesen nagelte er 1517 an die Tür der Kirche von Wittenberg. Damit löste er ein sehr großes Aufsehen aus. Luther war der Meinung, dass nur der Glaube zu Gottes Gnade führe und nicht etwa der Ablasshandel. Martin Luther wollte, dass die Menschen allein nach der Bibel leben sollten und nicht nach den Auslegungen von Kirchenvätern oder Päpsten. Doch weil die Bibel in lateinischer Sprache geschrieben war, konnten die meisten Menschen die Bibel nicht lesen und hatten kein Wissen darüber, dass die katholische Kirche die Bibel zu ihren eigenen Gunsten ausgelegt hat. Die 95 Thesen von Martin Luther waren der Beginn der Reformation. Das Wort Reformation heißt Erneuerung und meint die Erneuerung der katholischen Kirche. Die Reformation führte schließlich zur Spaltung der katholischen Kirche. Denn die Anhänger des Papstes blieben katholisch und die Anhänger Luthers gründeten die evangelische Kirche. Sie wurden Protestanten. In vielen Ländern Europas verbreiteten sich die Gedanken Luthers. Doch mit der Trennung der Kirche gingen zahlreiche Verwerfungen, gegenseitige Verletzungen, religiös motivierte Konflikte und Kriege einher. So auch in Frankreich. Die französischen Protestanten wurden in Frankreich, wo man sie als Hugenotten bezeichnete, wegen ihrer Religion verfolgt, weil das katholische Königshaus die Protestanten nicht akzeptierte und Angst hatte, seine Macht zu verlieren. Und so standen sich die Katholiken und die Protestanten in zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen gegenüber. Nach vielen Jahren, in denen ein erbitterter Krieg herrschte, hat der französische König Heinrich IV. 1598 das Edikt von Nantes erlassen, in dem der König den Hugenotten die Aushübung ihrer Religion und ihrer Bürgerrechte zugesprochen hat. Die Kriege wurden endlich beendet und es herrschte Frieden. Der katholische Glaube blieb aber weiterhin die Staatsreligion. Doch 87 Jahre später war in Frankreich ein neuer König an der Macht, Ludwig XIV. Ludwig XIV. wollte die Macht des französischen Königshauses festigen und dass es eine einheitliche Religion in Frankreich gibt. Nur der katholische Glaube zählte für ihn. Und so hob Ludwig XIV. 1685 das Edikt von Nantes einfach auf und begann damit, die Hugenotten zu schikanieren. Das Leben der Hugenotten wurde bedroht, ihre Kirchen geplündert und Menschen ermordet. Viele Hugenotten flohen daraufhin ins Ausland. Einige gingen in die Niederlande und nach England, aber auch in die Schweiz, die skandinavischen Länder, Russland und Amerika. Auch im angrenzenden Heiligen Römischen Reich, Deutsche Nation, wussten die Landesherren um die Verfolgung der Hugenotten. So auch Landgraf Karl, der ab 1670 Hessenkasse regierte. Der Landgraf Karl dachte darüber nach, die Hugenotten aufzunehmen, weil es um die hessische Wirtschaft nicht sehr gut bestellt war. Es fehlten auch gute Handwerker und Menschen mit Bildung. Der Landgraf hoffte also, dass mit der Aufnahme der Hugenotten wertvolle handwerkliche Kenntnisse, eine Stärkung der Wirtschaft und somit der Fortschritt in sein Land kommen würden. Um seine Pläne zu verwirklichen und die Hugenotten nach Hessen-Kassel zu holen, hat Landgraf Karl im Jahr 1685 die Freiheitskonzession erlassen, in der er dem Hugenotten Glaubensfreiheit, Entlastung von Steuer- und Zumpfzwängen, günstiges oder kostenloses Bauland, den Gebrauch der eigenen Sprache, also das Sprechen von Französisch, eine eigene Verwaltung und vieles mehr zusicherte. Und er stellte die Flüchtlinge unter seinen Schutz. So machten sich die Glaubensflüchtlinge über das Meer und über das Land auf den Weg nach Kassel. Landgraf Karl war damit einer der ersten deutschen Fürsten, der protestantische Glaubensflüchtlinge aus Frankreich zur Ansiedlung nach Hessen-Kassel holte. Der Landgraf hatte außerdem die Idee, für die Hugenotten in Kassel einen eigenen Stadtteil zu errichten, in dem diese leben und arbeiten sollten. Und so gründete er 1688 die Oberneustadt. Die Oberneustadt wurde außerhalb der Stadtmauern von Kassel errichtet. Paul Durie, ein Architekt, der selbst hugenotischer Herkunft war, wurde mit der Planung von Landgraf Karl beauftragt. Heute ist die Oberneustadt Teil des Stadtzentrums und liegt in der Innenstadt von Kassel. Paul Durie hat für die hugenotischen Einwanderer ein Quartier geschaffen, das sich sehr im Aussehen von den anderen Vierteln in Kassel unterschieden hat, etwa der Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern. Mit der Oberneustadt entstand ein Stadtteil mit symmetrisch gegliederten Straßenzügen und einer Kirche im Mittelpunkt, der Karlskirche. Insgesamt kamen etwa 3800 Huguenotten nach Hessen-Kassel, die hier eine neue Heimat fanden und in der Karlskirche ihre Gottesdienste in französischer Sprache abhalten konnten. Die Huguenotten haben die Stadt Kassel nachhaltig geprägt. Doch auf andere Bereiche hatten die Huguenotten ebenfalls großen Einfluss. So hat der Physiker Denis Papin in Kassel die erste Hochdruckdampfpumpe erfunden und ohne Dorothea Viehmann, eine geborene Pierson, die für die Brüder Grimm eine wichtige Quelle war, hätten wir heute nicht die wunderbaren Märchen der Brüder Grimm. Besonders sichtbar ist der Einfluss der Huguenotten an den noch erhaltenen Bauwerken in Kassel. So war etwa die Familie Durie in drei Generationen als Baumeister für die Landgrafen von Hessen-Kassel tätig. Sie haben zum Beispiel das Schloss Wilhelmshöhe gebaut, den Königsplatz und den Friedrichsplatz gestaltet, sowie das Friedrichsianum. Erhalten ist auch das Haus in der oberen Königsstraße 37 im Stil des Rokoko. Wenn wir also heute aufmerksam durch Kassel laufen, so begegnen uns immer wieder die kulturellen Einflüsse, die mit den Huguenotten nach Hessen-Kassel kamen. Diese und viele andere spannende Geschichten gibt's im Stadtmuseum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017